Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Jo, wir sind in der Wüste. Nein, die Musik... Ich hab gerade schon gedacht, die Musik wäre nicht an, aber die ist gerade erst ausgegangen. Das Lied. Ja, und wir wollten ja eine Reise machen. In den Sumpf. Jetzt erstmal hier. Obwohl ich nicht so der Fan vom Sumpf bin. Da war ich ja schon mal und dann haben die Krokodile mich fast fertig gemacht. Und soweit ich weiß, sind die Monster noch an. Aber das kann noch anders sein. Jetzt sind sie wieder an. Ich wollte die auch mal anlassen. Einfach mal ausprobieren. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte, warte, warte. Oh, wie cool. Ach, die kann man ja umdrehen. Oh, die Arme, nein. So fies bin ich nicht. Kann man die tamen? Ich weiß nicht, ob irgendwie... Ey, die macht bestimmt Fleisch. Äh, hier die Erde. Und dann... Und dann... Ach, die Arme. Nein, komm. Magst du kein Fleisch? Hier, kannst Fleisch haben. Was? Nein. Ich wollte... Und jetzt hier Kuh. Ist Fleisch? Ne, die mag kein Fleisch. Ist ja irgendwie logisch, ne? Ha, 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 ha. Ich mach ja nur Spaß. Dann reisen wir jetzt mal weiter. Ich drücke immer auf 5 statt auf 4. In den Sumpf. Hoffentlich begegnen uns keine Krokodile. Und wenn doch, dann müssen wir so schnell, wie wir können laufen. Boah, hier sind aber jetzt schon viele. Schildkröten. Die machen aber merkwürdige Geräusche. Warte. Ah, ich kann das jetzt nicht mitnehmen, ne? Was? Ich brauche die Mütze. Okay, 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 okay. Da. Jetzt hat er ab und auf die Mütze gekriegt. Ja, komm. Wir nehmen einfach lieber hier den Lehm mit. Mit Lehm kann ich... Äh, ne. Das ist auf 2. Mit Lehm kann ich mehr anfangen. So, den reißen wir. Komm her raus. Oh, 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 oh. Da ist ein Krokodil. Ich soll dir doch viel drücken. Stirb. 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 Puh. Okay, kein Krokodil mehr da. Glück gehabt. Deswegen mag ich die Viecher nicht. Die sind richtig böse. Na, komm, 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 komm. Oh, Mann. Oh, das ist wieder eine Libelle, ne? Dieses Buben. Was mehr kann ich nicht mitnehmen? 64 Stück kann man schon. Ja, gut, dann wollte ich auch nicht mehr mitnehmen. Ach, ich dachte schon, ich kann nicht laufen. Okay, ich kann doch laufen. Ja, dann setzen wir unsere Reise fort und wollen am besten nicht sterben. Wir haben nämlich... ...zwei Diamanten, okay. Also so schnell wie möglich hier raus. und die Diamanten in Sicherheit bringen. Ne, das wäre eine andere... Ah, irgendwas greift nicht wieder an. F. Geh weg, du. Geh weg, du. Geh weg, du. Geh, 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 geh. Puh. Puh. Oh, Krokodilleder. Moment, das will ich haben. Einmal kurz ein Brot mümmeln. So, was kann ich wegwerfen? Hä? Ach so, ich drücke R und denke, warum passiert nichts? So, die Samen brauche ich nicht... Nein, nicht, dass es nicht ist. Aha. Äh, zack. Und wieder hoch. Puh. Die Viechers hier sind ganz schön böse. Ich mag sie nicht. Ja, hier scheint es auch dann, äh, zu Ende mit hier rumlaufen zu sein. Hier ist nix mehr. Nur noch Wasser. Äh, würde ich jetzt... Das geht natürlich nicht. Ich muss erst mal die Karte anmachen. Oh, da hinten geht es doch weiter her. Erstmal die Welt aufbauen lassen. Oh, da hinten ist Festland, Insel, irgendwie sowas. Karte ausmachen. Was? Nein. Cave. Äh, hier, zurück. So. Warte, da haben wir doch... Nein, haben wir nicht. Ich dachte... So. Boah, Schlangen sind fies. Sind schwer zu treffen. Holz. Holz habe ich. Ich muss irgendwas wegwerfen. Ich habe zu viel Zeug. So, ich werfe, äh, nicht das verrottete Fleisch weg. Kohle habe ich. Dann kann ich ja... Dann kann ich ja... Hör, nein. Da. Fackeln. Machen. Und dann... Bin ich verwirrt, weil ich habe jetzt die Kohle... Ach, da, die Stöcke. Stimmt. Ha, ha, ha. Äh, wieso, was, äh, was, jetzt weg? Ach, egal, die Stöcke, einfach weg. Ich werde sie bestimmt nochmal brauchen. Knochen? Brauche ich Knochen? Ich weiß nicht, ob ich Knochen brauche. Eigentlich wollte ich mir ein Boot machen, ne? Warum, äh, warum tue ich jetzt das so... Ah. Was? Nein. Ich bin ein klein bisschen verwirrt. Ah, schon wieder. So. So, das tue ich hier hin. Äh, dann drücke ich E. Äh, wah. Aha, okay. So, den tue ich mir hin. Jetzt, jetzt aber. So, dann brauche ich... Ja, komm. Ähm. Hä? Hm. Äh. Schlechtester Minecraft-Spieler ever. Äh, das tue ich da hin, das tue ich da hin. Da. Hm. Ich kriege bei dem Spiel noch irgendwie hier voll. Ein. Allerwaffel. So, jetzt aber rüber. Schwimm, 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 schwimm. Was ist denn das für ein Boot? Schwimm, schwimm. Ah, ich habe es endlich geschafft. Und da leuchtet es im Boden. Warte, da muss ich jetzt aber mal gucken, warum es da leuchtet. Warum leuchtet es? Irgendwie ist das voll unnatürlich. Ne, da ist eine Höhle und da ist Lava. Lava unter Wasser? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Naja, egal. Wir schwimmen zu der Insel rüber. Und ich mache die Korde an. Ne, mache ich nicht. Alter, wir müssen jetzt aber schon ganz schön weit weg von zu Hause sein. 1220 Meter. Ey, 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 das wird ein weiterer Rückweg. Und ursprünglich alles nur für Leder. Und bam. So, kaputt. Brauche ich nicht mehr. Vielleicht bei der Rückreise, aber das ist jetzt nicht egal. Da denke ich jetzt... Das ist jetzt egal, da denke ich jetzt nicht drüber nach. Da sind Freunde, Freunde. Freunde. Hä? Hat er sich jetzt auf das Pferd gesetzt? Was soll das denn? Super. Boah, die sind ja voll nicht okay hier. Boah, ey, noch viel... Noch mehr geht nicht. So. Noch einer. Die sind ätzend. So, XP einsammeln. Fast Level 30, fast Level 30, fast Level 30. Nur noch ein paar, nur noch ein paar. Und, 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 und. Ja, der hier, komm. Was, der hat mich vergiftet? Alter, der hat mich doch gar nicht getroffen. Wo ist das Pferd? Wo ist das Pferd? Da ist das Pferd. Ich höre einen Enderman. Boah, das ist so dunkel, das Pferd. So, den Enderman greife ich nicht an. Scheint nur eine Kleininsel zu sein. Schade. 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 Gucke ich mal da hinten. Da oben fliegt wieder ein Geist. Komm her, du. Wow. Aber es ist schön hier. Aua. Lange halte ich das nicht mehr aus. Nur nach 10 Brote. In die Richtung geht es weiter. Okay, wir gehen nochmal kämpfen. Komm. Aua. Boah, Alter. Da kommt die ja angesprungen. So. Und wir sind natürlich wieder vergiftet. Ein Creeper? Im Ernst? Ohohoho. Diamant-Schwert ist gut. Aber ich glaube, ich muss das noch irgendwann mal verzaubern. Aber dieses Schlag-1-Buch mache ich da nicht drauf. Ich glaube, ich mache mir einen Bogen. Da kommt das drauf. Die Typen hier stecken ein bisschen mehr ein. Das ist nicht gut. So, die hier. Ja, die steckt nicht ganz so viel ein. So, was steckt der hier ein? Kollege. Au, 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 au. Komm her. So. Und keine... Doch, XP. Okay. Ah, wir sind Level 30. Habe ich gar nicht gesehen. Da hinten sieht schön aus. Laufen wir rüber. Und da ist ein Creeper. Nein. Doch, 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 doch. Ich wusste doch, ich habe einen Creeper gesehen. Diese hässlichen Typen kann man gar nicht übersehen. Komm her, komm her. Komm. Komm, komm, komm. Komm her. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ha, ha. Ein Bogenschütze. Oh, und einen Creeper. Ne, den lassen wir in Ruhe. Den lassen wir in Ruhe. Kommenschütze nicht gut. Das arme Schwert. Das wird jetzt direkt voll ausgereizt. Voll ausgenutzt, ja. So, 30 XP. Und da sind die ganzen schwarzen Pferde. Die sind böse. Da leuchtet es. So leuchtet es da. Komm her, du. Oh, 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 oh. Oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Schnell weg hier. Ha, 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 ha. Ihr seid alle böse. Was ist da tot? Okay. Was, jetzt habe ich eh gedrückt? Ne, komm, den Rest lassen wir. Und warum leuchtet es hier? es leuchtet. Ah, da ist eine da liegt eine Fackel. Wieso auch immer liegt hier eine Fackel. Ist das da hinten? Nein. Okay, es sah so aus, als wenn da hinten ein ein Gebäude gewesen wäre. Ein Dorf. Aber ist nicht so. Ein Esel. I. 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 Home Street Home, fast 2000 Meter, komm. Eigentlich 1500, aber es sind fast 2000. Und ich weiß gar nicht, warum ich so weit wegreise für Leder, was total unsinnig ist. Aber ich mach einfach mal. So, zack, zack, zack. Einfach mal hier rübergraben. Irgendwie wird's ja schon was. So. Oh. Da kriegt wieder Wasser. Und ich muss gleich mal wieder was futtern. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Okay. So. Jetzt sind wir oben. Jetzt auf keinen Fall runtersterben. Äh, runtersterben. Genau. Nicht runtersterben. Nicht runterfallen. Nein, 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 nein. Ich wollte E4 drücken und dann komm ich auf E. So. Verdammte Spinne. Ich glaub ich spinne. Aha. Boah, ich muss mal ein Brot essen. Hat der uns gesehen? Nein. Dummkopf. Den schnapp ich mir, den schnapp ich mir. Hallo, hallo, hallo. Voll runter, voll runter, voll runter. Nein, okay, schade. Und du? So. Jetzt sind es schon fast 1700 Meter. Wie viel geht noch? Boah. Weißt du was? Yeah. Nein, 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 nein. Boah, das war knapp. Puh. 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 Hat Spaß gemacht. Boah, ich hab grad. Ich hab ja fast in die Hose gemacht. Alter Schwede, das war so knapp, wenn ich da jetzt gestorben wäre, ne? Ich glaub, das mach ich nicht nochmal. Spontane Höhlen-Tour geht nicht, okay. Ja, da kann ich wenigstens sagen, ich hätte eine Höhlen-Tour gemacht, aber... So? Ja, nur nicht. Beine Höhlen-Tour ja auch ganz schön gehen, ne? Aber ne, 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 ne. Und es wird wieder hell, endlich. Äh, achso. Ja, ja. Jetzt hier. Freezed alles ein und es geht einfach nicht. Oh, Freezer Enderman, nicht in die Augen gucken, nicht in die Augen gucken. Oh, 15 Minuten 25. Ich muss die Folge Ende machen. Ich muss die Folge Ende. Ah, ich muss die Folge beenden. So. Ja gut, dann, äh, mach ich hier mal Ende. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Tschööö